Hallo. Willkommen zu einem Video. Ein Video. Dann fahren wir mal ein bisschen los. Ich brauche nämlich eine neue Uhr. Genau. Ich kaufe mir schmackig eine Uhr. Ihr hört den Razer jetzt natürlich nicht, weil uns fehlt noch ein bisschen Equipment. Das dauert mit der Post ein bisschen. Oh Gott ist das halt warm. Schön warm. Ich sitze da hinten mal so als Sozius drauf und gucke mal ein bisschen so durch die Gegend. Das ist auch ganz lustig. Ich habe auch überhaupt keine Handschuhe oder Kleidung an. Ich klebe da so am Razer fest. Ach genau. Aber einen Vorteil hat es auch. Ich kann ein bisschen mal woanders hingucken. Brems halt. Hat man mal eine sparse Gesicht vom Sozius. Hat auch noch keiner gemacht, glaube ich. Oder? Egal. Wir machen das jetzt einfach mal so. Und noch eine Ampelbremsung. Scheißampeln. Alle auf Rot. Ja, was könnte ich denn erzählen? Wetter ist traumhaft schön. Wir haben Sommer pur. Was? 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 Ja, grün. Fah. Ups. Gibt so die Heimkopfnuss. Boing. Das ist schön. Am Tower vorbei. Au, au, au. Schienen. Was war das denn? Schieus. Er hat gar nicht geschaut. Schon lustig, wenn vom Fahrer und vom Beifahrer bzw. Sozius der Finger rausgeht. Doppelgruß. Ja, bald ist wieder ein Nürnberger Volksfest. Die gucken alle gar nicht. Voll konzentriert beim Fahren. Na ja. Hä? Warum hat der Warnwinklicht angehabt? Loll. War der Audi kaputt? Ich würde mich nicht wundern bei dem Diesel. Nein, Schmarrn. Blöder Witz. Ah, wir fahren Abkürzung. Okay. Auch gut. Ja, 30K Zone. Äh. Fertig. Nicht. Oh, schönes Auto. Wow. Netter Audi. Schmeckt. Die Häuser hier haben auch ein wenig was. Oh, schönen Garten. Ich glaube, manchmal komme ich ein bisschen leise an. Aber es liegt daran, weil ich hier immer rumruckel. Das muss ich noch ein bisschen üben. Glaube ich. Wobei. Hat auch was. Kuschelig hier. Jetzt fahren wir gleich am FCN Gelände vorbei. Mal schauen, ob jemand trainiert. Bei der Hitze. Würde ich jetzt nicht wirklich wollen. Ich schwitze schon unterm T-Shirt. Im Helm geht es eigentlich. Aber mein Bauch schwitzt. Na? Ein wenig schwenken die Kamera. Uh. 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 Jetzt geht es auf die Schnellstraße. Kommen wir doch an einem McDonalds vorbei. Ich habe Hunger. Nein, ich esse lieber einen Salat zu Hause. Ja, das mache ich dann. Wir wollen ja nicht auch nicht stoppen. Jawoll, Kurve. Ich habe die Kurve gekriegt. Jetzt gehen wir mit dem Gas. Komm schon. Flutsch. Das flutscht. Servus. Er hat wenigstens mal geschaut. Ein chilliger Cruiser. Fahrtwind lecker. Sehr frischend. Das tut gut. Ihr merkt nochmal so richtig die Windzonen hier. Kalt. Warm. Ganz warm. Kälter. Das hier ist übrigens kein Blitzer. Das ist ein Mautgerät. Am Anfang dachten wir auch, wow, was ist das für ein riesen Ding. Aber Google hat erzählt, nö, ist kein Blitzer. Dann sind wir schon mal beruhigt. Ja. Oh, die haben hier neue Fahrbahn gestrichen. So. Jetzt kommen wir dem Ziel schon etwas näher, um meine Uhr zu kaufen. Ich hoffe, ich finde auch was schönes. Schnuckeliges. Ich habe nämlich auch extra keine dabei. Dann kann ich die gleich verwenden. Weil meine alte habe ich schon, oh Gott, Jahre. Ich weiß gar nicht wie lange, aber sehr lange. Es ist immer noch rot. Warum? Okay. Wenn wir stehen, dann staut sich die Luft im Helm schon. Das ist nicht so schön. Eigentlich müsste er jetzt auch die andere Spur. Ja, ich glaube er hat sie gecheckt. Überhol den Reiskocher noch. Das war gar kein Reiskocher. Aber eine hässliche 125er. Unsere ist nämlich viel schöner. Sportlicher. Aggressiver. Ja. Wobei beim nächsten Mal wollen wir mal ein anderes Modell ausprobieren. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Aber diese KTNs, die sind auch schmackig. Ja. Au. Kullideckel. Jetzt bin ich auf dich drauf gerutscht. Warte. Ich muss mich mal neu aufrichten hier. Ja, super. Ich sag nichts. Boah, der hat jetzt schon so lustig rübergeguckt. Hat ihm wohl gefallen. Es ist noch echt eine Ungewöhnung, wenn man mit sich selbst spricht. Ja. Aber scheiß drauf. Es macht Spaß. Und so soll es ja auch sein. Da kommt mein Lieblingsauto. Schaut ihn euch an. Ein echter Mustang. Ich liebe ihn. Ja. Bin ich auch schon gefahren. Probeweiser. Ein Mustang GT. GT. Hoppla. Sprachfehler. Ja. Das schmeckt. Die haben gerade mal so schön PS und so was könnte ich mir auch vorstellen. Die sind auch gar nicht mehr so teuer. Wenn du mal schaust im Internet. So, jetzt sind wir ja schon ziemlich nah dran. Dann müssen wir noch ins Parkbus fahren. Wobei er könnte auch unten parken. Mal schauen was er macht. Und dann hole ich mir doch schmackig eine Uhr. Genau. Mein Bus. Was? Flachrüste? Kenn ich gar nicht. Da ist doch schon wieder einer. Sach GT Mustang. Aber diesmal ein Cabrio. Fahren hier schon einige rum. Hä, ist grün. Fahr. Hat keiner doch. War sogar einer hinter uns. Egal. Mal. Aber nicht gehuppt. Und das ist in Nürnberg schon selten heute. Weil normal huppen sind wir gleich nach einer Sekunde. Ich nicht. Ich denke mir dann immer nur so. Hallo? Schon wach? Oder tot? Ja. Dann fahren wir mal da so rum. Und ich sag mal. So. Vielleicht hören wir uns noch später. Bei der Heimfahrt noch ein bisschen rum gucken. So. Tschau. Bis dann.